Guten Tag. Einmal diesen Deckpunkt zur Jungdame. Mein Name ist Bärbel Poltsch. Ich bin in Neuruppin geboren und wohne noch in Neuruppin. Und so fühle ich mich noch ganz munter und gesund. Poltsch, Ingrid. Wir sind Zwillinge. Guten Tag. Einmal diesen Deckpunkt zur Jungdame. Ich habe vielleicht eine Minute nach acht morgens das Telefon genommen. Und zwar habe ich unsere zweite Station oben aus dem Haus hingestellt und unser Telefon unten. Und bin immer von einem Telefon zum anderen gewechselt und habe telefoniert mindestens 60 Mal. Und um zwei Minuten vor zehn hatten wir unseren Termin. Das war für uns sehr aufregend, die letzten Tage und Nächte. Aber wir haben es heute geschafft, pünktlich aufzustehen und hier nun zu sitzen. Haben Sie Angst vor der Impfung, vor dem Impfstoff? Wir sind an Impfungen gewöhnt. Wir haben alle Schutzimpfungen, die in der DDR notwendig waren und möglich waren, wahrgenommen. Und sind Sie froh, jetzt die Impfung zu haben? Aber sehr froh. Wir möchten ja noch eine Weile am Leben bleiben. Vielen Dank.